Leute, was geht ab? Ich bin Marvin. Ich bin Kelvin. Wir sind die Prank Bros. Was machst du da? Das ist der Einschlaf-Prank. Hallo. Boah, schon eingeprankt. Ja, ist klar. Hallo. Hallo. Ich glaube, es ist schön. Ich bin froh, dass ich mich nicht so glücklich fühle. Ich bin froh. 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 Boah, scheiße. Gibt es Ihnen nicht gut, soll ich einen Krankenwagen rufen? Ich weiß auch nicht, ich habe tagelang nicht geschlafen. Ich mache mich am besten mal wieder wach, ja? Hallo? Das war ein Damm, wenn ich gerade reinhaufe. Sorry, ich bin fast. Hast du es nicht geschafft? Ich weiß auch nicht, ne? Das war aber... Doch. Das war ein Damm. Hallo? Ich bin fast. 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 Das ist cool. Ist es okay, wenn du willst? Ja, sehr lustig. Jetzt kann ich auch ein Flyer gehen. Vorne mit versteckter Kamera ist ein Comedy-Kanal auf YouTube. War nur ein Joke. Ja, ich habe mich schon gesagt. Hey, Joanno, das war's. Guck mal, da oben. Wir haben jetzt versteckte Kamera. Den YouTube-Kanal. Ist es okay, wenn ihr wieder seid? Ihr könnt euch das angucken. Ist es okay für euch? Okay, danke. Ciao. Okay für euch, wenn ihr in dem Video seid. Seid ihr nicht der Einzige. Wir machen jede Woche so ein Themenvideo. Und diese Woche schlafen wir auf den Schultern ein. Also ihr könnt es ja finden, ne? Das machen wir euch schon allein. Alles klar. Ich sag euch das. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.